Und damit recht, herzlich willkommen zurück, Leute. Dieses Mal mit einer Runde Daybreak. Weil ja einige Leute mitunter sich beschwert haben, dass man ja overpowered in die Todeszone geht. Und hier sehen wir, hier ist das Paradebeispiel dafür, dass man eben dafür was tun muss und dass einem das nicht geschenkt wird, ja. Das muss ich an der Stelle einfach mal so sagen. Ja. Okay. Und legt hier diese Mauer zu Reparatur-Kids auch hier auf dem Boden füllen. Ja, da vorne, wo ich jetzt komme. Genau. Schön stimmig. Und die erste Hilfekästen können wir auch mal dahin legen. Dann kann man sich die schnell schnappen. Jo. Nein, 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 nicht auf die Seite, da hinter. Meinst du jetzt mich oder was? Nee, Martina. Achso. Achso. Hinter, hinter der Mauer. Ja, hier. Hier, wo ich stehe jetzt. Nee. Achso, doch, du bist, nee. Hier hinter, hier drüben. Ich bin innen, ja? Ja, du musst draußen. Achso, okay. So war jetzt hier irgendwann noch. Okay, mehr ist hier eigentlich, mehr ist hier eigentlich nicht, nee. Wer? So. Es geht los, Leute. Das meine ich, Leute. Guckt euch diese Kulisse an. Sie ist, sie ist urbane. Das liebe ich. So, so, stellt mir das vor. Davon eine ganze Map. Martina, du stellst dich hier hin. Also auf die Seite hier. We can't wait any longer. I'm waiting it up now. So, wo ich jetzt gerade stehe? Ja, wo ich stehe. Da, hier stellst du dich hin. Ich geh in die Mitte. So, auf, auf. Zombie-Ärsche aufreißen und so. Ja. Ja. Jetzt ist wirklich kein Vierter mehr hier drin, ne? Wie eine KI. Nee, nee. Wie eine KI. Zusehen versuchen, das meiste mit Nahkampf zu killen, weil sonst wir Missionsknapp halten. Ja, und vor allem brauchen wir nachher zum Schluss, wir brauchen jede Kugel, ey. So, aber jetzt, das ist ein Warm-Up-Welle 1. Das ist, das ist Spielerei. Ach Gott. Ich sag noch, es ist Spielerei. Alles klar. Das ist was leckend im Arsch. Ey. Verfickte Scheiße noch eins, ey. So, auf, da ist ein Aufgeblähter hinter dir. No. Ey. Ey. Ich hab auch schon einige so gemacht. Wie sind denn da hinten hingegangen, ne? Das hab ich auch schon öfter erlebt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. hinter dir oh Wiesel, lauf mal das die bei vor ja, ja ich merk das schon, ich krieg hier auch alter ey, ja ich hab schon lange nicht mehr gespielt ey ein Fest hier ein Fest ja ich neig immer dazu möglichst weit raus zu gehen aufs Feld oder irgendwann wird man dahin getrieben quasi dann verläuft sich so ersten 100 Testisch haben wir schon mal safe nice teile mal dieses Minenfeld hier gerade in wenn wir da so rüber laufen dann geht das nicht hoch ne nimmst du auch keinen Schaden davon oder so genau und man fliegt zwar weg dann davon aber Gott sei Dank ist das so ey stell mal vor ey das wär nicht so das wär ungünstig das wär richtig ungünstig ja definitiv ich find jetzt spielt sich das Game irgendwie geschmeidiger hab ich so das Gefühl äh Martina wenn die Welle vorbei ist alles aus den Taschenräumen da wo du stehst und dann loslaufen einsammeln das hat sich doch mal eh losgekommen aber aber drauf achten ähm dass dass seine Waffe völlig geladen ist weil da kann sein dass Apparels rumlaufen ja 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 weiter hat keine Arme mehr weiß aber schnappt nach mir Alter, komm mir eben gerade den Fuß entgegen geflogen, ey. Du bleib bei der Hütte, bitte. Vorsicht, Triss. Masse. Zack. Runter mit der Rübe. Oh, Mann. Wir brauchen einen Sprecher. Zack. Ach, du Scheiße. Oh, Mann. Zwei Farrells. Komm, da kommen zwei. Einer ist drüber. Ja. Oh, shit. Ich hole, ja. Ja, vernebt er auch. Ja, Minenfeld hat gemacht. Alles klar. Da wollt ihr mich verarschen. Ja, mit drei Mann hier auf der Map, man merkt's. Also, es ist wild. Ja. 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 Alter. Ja, ab nächster Runde können wir auch schießen. Alter, macht er denn nicht? Ich schieße aber auch schon mal ein bisschen, damit das... Ja, ich schieße hier schon die ganze Zeit. Ah, jetzt ist es vorbei. Ja. Ich gehe Mauern reparieren. Ach, Gott, mag ich. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, oder? Oh, hier vorne direkt. Ja, ja. Ihr sammelt schön einen. Genau. Ich mache die Linken hier. Einer macht die in der Mitte und der andere rechts. Ja. Nee, einfach... Ihr sammelt einfach einen. Einfach, genau. Ach, hier ist einer, ein Favel. Ja, wegschießen. Wo auch alle Mauern beschädigt gewesen. Ja, ja. Das ist wild. Wild, sage ich nur. Den habe ich ja. Also, ich glaube, jetzt sind hier alle weg. Also, Container. Aber hinten noch. Nee, hier ist nichts mehr. Nee, nee. Oh, jetzt ist es. Auf die Plätze. Bauen wir mal noch einen Schluck nehmen. Von meinem ferschen Eistee. Oh, ich habe Eistee mit Schuss. Eistee mit Schuss. Mhm. Das ist die Eistee. Nee, da bin ich erst mal kuriert. War zu wild. War wieder gestern zu wild. Oh, jetzt geht's abhängen. Oh, jetzt geht's abhängen. Oh! Hörte sich nicht gut an. Oh, ey. Hier, schon vielleicht die... ...polizisten hier abhängen. Oh, die hindern einen auch immer da ran. Oh, da ist die Nächse halt immer noch, ey. So. Oh, das ist die Nächste. Das ist denn sowas, ey. Oh, jetzt kommt ne... Die nächste Welle. Oh, jetzt muss ich was hören. Ui, na. Alter. Die rennen auch alle zu euch, ey. Ja. Keiner mag mit mir spielen. Oh. Zack. Rotter mit der Rüge. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Die ganzen aufgeblähten hier auch immer. Ja, ja. Das wirkt nachher noch wilder. Warte mal ab. Ja. Juggernaut. Jetzt geht los. Ja. Feral. Bei mir ist der Kulost hier. Zack. Jetzt kommen alle. Das ist eine weitere Airstrike von our pal, Kaleo. Ja, ja. Zack. So. So, das haben wir auch überstanden. Welle 3 überlebt. Ich gucke wegen Mauern. Ja, eigentlich sind die alle noch gut, ne? Ja, theoretisch gesehen. Eigentlich hieß es doch irgendwo auf die Bete. Ah! Oh Gott. Vorsicht. Oh, mach schnell hier. Was hat das jetzt? Okay. Achtung, Farrell. Ja. Keine Schuss mehr mit. Ich komme da hin. Der ist hinter mir. Ich habe keine Schuss mehr. So, jetzt. Alles aufgesammelt, ne? Ah, ja. Ich gucke jetzt danach aus. Dann ist der hier. Dann... ...Munnen. Ich gucke jetzt mal kurz... Achtung, Farrell. Na? Farrell. Ui. Ah, auch durch den Wienerlauch. Wienfeld hat ihn weggemacht. Nee, doch noch nicht. Ja, aber weiter. So, nächste Welle überleben wir auch. Und dann wird's lustig. Dann wird's richtig... Achtung, Farrell. Der brennt. Ja, bei mir auch. Was ist das denn komisches? Das meine ich nämlich. Diese Heimtückischen, weißt? Das ist doch einfach... Einfach nur... Weiß ich nicht. Den erwartet man in dem Moment jetzt nicht. ...Pirscht sich einfach an, weißt? Wir haben aber schon drei, ne? Das ist ja schon mal gut. Ja, jetzt... Die Welle, die jetzt kommt, die überleben wir auch. Danach wird's aber lustig, ne? Welle 5. Da wird's dann richtig schwammt. Da wird's lustig. Leckt. Leckt wieder wie Sau. Das ist ja schon mal gut. So. Alter, lag guck'n Gedärme raus bei dem. Doch, wunderschön. Ich bin so komplett ohne Arme. Dann haben die noch die Dreistigkeit im Schnappen nach dir, oder? Ja. Ja. Beißen noch. Ja. Können die zwar nicht mehr packen, aber beißen noch. Fressen noch alles, ey. Ja. Fuck! Wunderschön. Er ist wieder hier. Lass ihn zum Mauerkopf. Das ist aber ein sehr großes Feuer gewesen jetzt. Ja. Hochvorsicht. Ich muss gerade nachlassen. Ja. Das Problem kenne ich. Die müssten ein bisschen mehr Schuss fassen finde ich, das ist zu wenig Acht oder was in das hier. Ja. Ja finde ich auch, selbst der beinahe hier mit meiner 16 hier. Na wo kommt er, bei euch, wa? Jo. Ah der ist drüben, ist drüben. Ja. Der ist, ich komm hier nicht weg, der ist hier bei mir. Ja. Boah. Alter. Ja. So ein schönes Kopf. Ja. Schönen Fresse, denke ich, was ist hier, ey. nicht drüben. Nein, ich sage ja, wird weg. Ach. Du bist egal. Das ist egal. Wie ist das? wieder hier auf links? ja er ist bei mir jetzt komm zum blutseuchen werf was hin zu dem aufpassen da haben wir doch schon ich hab was hin zu wollen, was auch warum explodiert es nicht? ich muss die aktivieren glaube ich eben auch im Taps ist irgendwie schief gegangen oh Gott nice, 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 nice sind wir wieder hier voll im Arsch ich hab halt hier die Mauer an ok so eine Runde sammeln die den hier also da kommt nicht hier bei raus ne leider nicht ne bei der Welle hier leider nicht ja aber ein bisschen schon ne besser wie gar nichts ja ja achso ich hab gerade abgelegt ach schon wieder ja ja Farrell das bleibt nicht aus das hast du immer mal wieder ja dann triffst du den auch ja 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 ich hab keine Munition dabei ich leg das immer ab ja das war ja einmal Lachen Waffe durchladen und dann los und dann los und bei den 8, ja bei den 8 ist das schwierig denn so hier ist noch ich kann noch was holen ich bin hier hinten jetzt gerade Achtung Färbel ja ja den hab ich nicht erwischt ich hab geholt von ja ja tot der sein jetzt hier zack da kommt wieder ein Färbelp aufpassen boah der raschiert da auch total seelenruhig rüber ey ich fass es nicht wo ist er er ist tot ach gut alles klar noch ein ja ja wir können von Glück reden dass das hier die normalen Färbels sind und nicht die 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 aus der Dings hier aus der Todes hier das das jetzt gehts richtig ab hier mein reden die Arme aber fliegt ich find's geil meine fuck man alter Was ist das jetzt so? Was ist das jetzt so? Was ist er? Da. Geh weg verpustig. Wenn man sich jetzt nicht dabei immer auch noch auf die Aufgeblähten sucht, dann wär's einfach. Ja. Oh, Juggernaut. Oh, Juggernaut. Pass auf! Hier gehen einige mehr und andere versteh ich manchmal irgendwie nicht. Alter. Ich hab keine ähm ähm äh bombe mehr in Usna. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, lad nach, lad nach, lad nach. Oh, Mauer zerstört. Oh, Alter. Ja, da komm ich gar nicht dran. Was macht's? Oh, ich komm da nicht. Ich komm an den Scheiß. Oh. An den Juggernaut nicht ran. Oh. Oh je, der Techniker. Ich hab ihn. Den Dicken zumindest. Alter, ist das dein Ernst jetzt? Techniker wird angegriffen. Oh je, der ist gleich down. Der ist gleich down. Hat einer denn noch einen Verband, um den zu heilen? Nee, ich nicht. Ich erinnere nicht. Nee, das war's. Hahaha. Das war's. Hahaha. Ja, die verfluchte fünfte Runde. Ich bin raus.